Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ein Video, was sich von vielen sehr, sehr viel gewünscht wurde. Welche Börse ist denn überhaupt noch sicher? Wo sollen wir jetzt unsere Coins verstauen? Wo können wir im Endeffekt noch traden? Das schauen wir uns im heutigen Video an. Bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und gerne unten einen Kommentar, welche Börse denn ihr momentan nutzt oder wie ihr mit dieser ganzen Situation umgeht. Ausschlaggebend für dieses Video natürlich die FTX-Pleite. FTX sagt mittlerweile jedem was. Pleite gegangen. Viele Leute haben ihr Geld verloren. Mir tut es immer noch um die Leute leid, die hier eine Menge, Menge Kohle verloren haben. Die Hoffnung so gut wie begraben. Trotzdem, Hoffnung sollte man niemals aufgeben. Auch mal so ein kleiner Ratschlag von mir. Aber darum soll es nicht gehen. Wir schauen uns jetzt heute einfach mal die Börsen an, die meines Erachtens noch einigermaßen sicher sind, welche Zahlen schon offengelegt wurden und um welche Börsen wir uns auch Sorgen machen sollten. Und wir fangen einfach jetzt mal an mit den Börsen, um welche wir uns Sorgen machen sollten. Und damit fangen wir an mit Crypto.com. Crypto.com, die Bilanz, naja, wirft hier Fragen auf. Deswegen auch der BTC Echo Artikel. Ich werde euch natürlich alle Artikel unten in die Videobeschreibung noch rein posten. Da könnt ihr dann auch alles nochmal selber durchlesen. Aber Crypto.com gibt es in den letzten Tagen sehr viel FUD. Und mit FUD meine ich teilweise Fakten, teilweise auch wirklich nur FUD. Was man bei Crypto.com dazu sagen muss, klar, sie haben die Cashback-Karte, die wahrscheinlich jedem geläufig sind, mir persönlich, ich habe sie nie genutzt, auch nie in Kronos oder Crow oder wie auch immer es mittlerweile heißt, investiert. Trotzdem viel, viel Geld in Marketing investiert. Und Formel 1, ich weiß nicht, ich glaube, FIFA, WM, was weiß ich, im Stadion, glaube ich, in Miami, Werbung, Werbung, Werbung ohne Ende. Und das muss ich natürlich finanzieren wiederum. Und deswegen kommt Crypto.com momentan so ins Auge, wo man ein bisschen meines Erachtens vorsichtig sein sollte. Mein Tipp, wenn ihr von dem ganzen FUD verunsichert seid, zieht eure Coins da erst einmal ab. Ist einfach nur eine dringliche Warnung. Ihr könnt ja trotzdem noch die Cashback-App etc. nutzen, aber lasst wirklich nur dieses nötige Geld da drauf. Was in dem ganzen Zusammenhang auch noch dazu kommt, ist Gate.io. Gate.io wird vielen wenig sagen, aber trotzdem eine relativ bekannte Kryptobörse. Aber auch hier Bitcoin von 900 Millionen US-Dollar abgezogen. Und Gate.io war die ganze Sache auch nochmal mit Crypto.com. Da ging es dann um Buchungen, also um Kryptowährung, Transfers und so, die hin und her geschoben wurden. Ob da möglicherweise Bilanzen manipuliert werden oder sonstiges oder Rücklagen manipuliert werden, wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Trotzdem auch eine Börse mit sehr, sehr wenig, meines Erachtens, Liquidität. Ihr könnt es natürlich alles bei CoinMarketCap auch mal nachgucken, wie viel Liquidität auf den Börsen ist, auf welchem Platz sind die hier vom Trading-Volumen etc. pp. Aber auch hier, wir hatten ja hier damals mal, ich weiß nicht, wer sich noch von der Community daran erinnern kann, YoshiCoin damals da drauf gezogen, beziehungsweise drauf gekauft. Aber für mich macht, ich sage jetzt mal vom App-Inhalt, macht es für mich wenig Sinn, die ganze App spackt. Ich bin kein Fan von Gate.io, ich habe sogar eine Anfrage bekommen von denen für Video, aber abgelehnt einfach, weil ich solche Transfers einfach nicht gutheißen kann. Denn auch hier gilt, passt lieber einfach hier erst einmal auf. Zieht das Zeug weg. Alle Börsen, die jetzt hier momentan ein bisschen mit Zahlungsschwierigkeiten oder komische Buchungen, auch wenn das schon älter ist und teilweise wieder revidiert worden ist, warne ich euch hier einfach, zieht euer Geld erst einmal ab. Also auch Gate.io und Crypto.com möglicherweise erst einmal meiden. Dann steht der nächste Ding vor der Insolvenz, BlockFi. Haben auch sehr viele genutzt. Und das ist ein Landing-Anbieter. Landing-Dienst, BlockFi stellt sich auf bevorene stehende Insolvenz ein. Und Landing-Anbieter, werde ich ja auch oft gefragt, hey Manu, wo kann man am meisten Rendite erzeugen, erzeugen bzw. bekommen, wenn man seine Coins verleiht oder so, muss man ganz ehrlich dazu sagen, es gibt keine erstensichere Börse, hundertprozentig sicher, erst einmal. Es gibt aber auch keinen hundertprozentig sicheren Landing-Anbieter. Krypto ist nicht dafür entstanden, um hier Rendite zu erzeugen, um seine Coins, sage ich mal, zu verleihen. Auch Bitcoin und sowas. Klar, man kann Staking machen, Landing. Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt niemals behaupten, hier, das ist alles hundertprozentig safe. Und hier gingen teilweise auch anscheinend die Auszahlungen nicht mehr und sonst was. Also hier die nächste Insolvenz. Und man will meinen, was man will, sage ich jetzt mal, von den ganzen Börsen. Oder was man jetzt auch von Binance und so, wegen FTX-Pleite und sowas hört. Aber, klingt jetzt hart, lieber fällt jetzt so eine Börse wie FTX, als irgendwann später und das Misstrauen ist noch größer in die Kryptobranche. Jetzt wird reguliert, jetzt wird alles unter die Lupe genommen, sage ich jetzt einfach mal. Und die Börsen, und das gilt genauso für einen Bärenmarkt bei Altcoins, die Coins, die Stärke zeigen, beziehungsweise wo auch ein Wert dahinter ist oder irgendwas, was läuft, die werden überstehen. Und das gilt genauso für Landing-Anbieter und für Kryptobörsen. Und da ist BlockFi auch, sage ich jetzt mal, nicht gerade Ansprechpartner Nummer 1. Man sieht es hier eben wegen der Insolvenz und so. Also auch hier, Leute, generell Landing-Anbieter oder so, würde ich einfach die Finger von lassen. Kann ich einfach nicht empfehlen, dass hier irgendwas exponentiell sicher aus ist. Dann, wer das letzte Video oder vorletzte Video gesehen hat, Gemini ist wieder online. Auch hier gab es vorübergehend keine Auszahlungen. Genesis, Gemini war vor zwei, drei Videos, glaube ich. Drüber kurz gesprochen. Kam es zu Störungen, jetzt geht es wieder. Aber auch sowas sollte für jeden eine Warnung einfach sein. Zieht eure beschissenen, ich sage es einfach mal, beschissenen Coins dort ab. Wenn sowas jetzt schon ein Straucheln gerät und wir wissen noch nicht mal, wann der Bärenmarkt hier wirklich endet, dauert es noch ein halbes Jahr, dauert es vielleicht noch zwei Jahre bis zum nächsten Halbigen, wir wissen es nicht. Aber wenn sowas schon steht und fällt, sage ich mal, oder beziehungsweise hier schon Börsen teilweise offline sind, kurzzeitig, Leute, da einfach abziehen damit. Klar, ihr könnt hier Rendite immer kriegen. Es gibt ja auch Gemini Earn-Programm, was man da unten sieht, oder diese ganzen, ja, verdienen hier, indem du Freunde einlädst, oder was weiß ich, Leute. Momentan muss man ganz ehrlich sagen, es ist nichts richtig sicher. Es ist einfach so. Es gibt keine hundertprozentig sichere Börse und wir haben jetzt vier Artikel hier durch. Jeder warnt hier. Auch hier wieder, Crypto Landing, die es zahlt, stoppt die Auszahlung. Wieder ein Landinganbieter. Ich weiß ja, klar, es ist verlockend, hier zum Beispiel 10% auf Bitcoin im Jahr an Rendite und so. Klar, es ist verlockend, aber ihr müsst euch immer bewusst sein, ihr gebt hier eure Coins aus der Hand. Und da lässt sich wie immer schön der Spruch sagen, not your keys, not your coins. Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber genau davor will ich jetzt einfach mit diesem Video warnen. Welche Börsen sind überhaupt noch einigermaßen sicher? Welche Landinganbieter nehmen wir jetzt mal komplett raus? Auch Stakinganbieter oder sonstiges. Finger weg davon und abwarten. Es gibt nichts Safes. Und was auch noch sehr in aller Munde ist, ist Coinbase. Coinbase, nie bekannt dafür, mit niedrigen Gebühren oder sowas, wird auch mehr von Institutionen verwendet. Aber auch hier, Coinbase hat, ich glaube nach den Quartalszahlen, sind ja börsengelistetes Unternehmen. Das heißt, man kann die Aktie auch an der Börse handeln. Hat aber laut dem letzten Bericht, was ich gelesen habe, beziehungsweise auch gehört habe, nur noch Geld für drei bis vier Quartale. Coinbase ist zwar noch nicht so ins Straucheln geraten, zwar werden hier Stellen abgebaut, aber das sehen wir bei Amazon, das sehen wir bei Meta, bei vielen Tech-Firmen oder auch Krypto-Unternehmen. Aber laut Quartalszahlen, deswegen auch die Stellenschreibungen und auch die Sparmaßnahmen, geht auch meines Erachtens Coinbase langsam ins Straucheln. Ist jedem bekannt, vor allem in den USA. Aber auch hier warne ich einfach erst einmal zur Vorsicht. Ich habe früher mal einen Coinbase-Account gehabt, den ich mittlerweile einfach nicht mehr, oder wo ich nichts mehr drauf hatte. Das war ganz meine Anfänge, weil man einfach googelt, okay, Coinbase war damals A und O, sage ich jetzt mal. Aber durch eben diese Börse, beziehungsweise dadurch, dass es ein börsengelistetes Unternehmen ist, müssen die natürlich auch Quartalszahlen offenlegen. Und die nächsten drei bis vier Quartale reicht das Geld noch. Und danach sieht es übel aus. Und da vielleicht schon mal ein bisschen vorstrecken für alle Leute, die noch Coinbase oder auf Coinbase noch irgendwelche Coins haben, zieht es hier einfach ab. So, wir haben jetzt glaube ich genug Börsen und sowas durchgenommen. Es gibt natürlich auch noch Huobi, wo auch schon Verstrickungen, auch mit Crypto.com und sowas drin waren und FTX, also auch hier. Es gibt auch eine Liste, müsste auch in der Telegram-Gruppe drin sein, mit was FTX alles verstrickt war. Da gehört auch ein Teil Solana dazu, um jetzt mal ganz kurz auf Coins und sowas zu kommen, wo Solana ins Strauchel geraten ist. Also zieht am besten von den Börsen, wo wir jetzt hier alles gerade mal durchgegangen sind, alles ab. Und jetzt kommen wir zu den Börsen, die meines Erachtens noch, aber auch hier alle Börsen, die wir jetzt durchgehen, mit Vorsicht genießen. Wir kommen ganz am Ende vom Video nochmal drauf zurück, wie wir das noch ein bisschen sicherer machen können. Erste Börse, Bing X. Muss man aber ehrlich dazu sagen, klar, ich bin hier Partner, das soll jetzt aber nicht Sinn und Zweck von dem Video sein, aber die Zahlen werden, ich glaube nächste oder übernächste Woche, offengelegt. Nicht nur, weil ich Partner von der Börse bin und mir das auch alles ganz genau momentan angucke, egal, welche Börse ihr wählt. Haltet nur das Nötigste. Es sind Trading-Börsen, es sind keine, sage ich jetzt mal, Spot- oder Hoddle-Börsen, es sind Trading-Börsen. Und dazu zählt Bing X ganz klar. Die Zahlen werden nächste Woche, übernächste Woche offengelegt, werde ich auch dann sofort mitteilen und dann sehen wir auch mal hier, wie viel Liquidität da drin ist. Aber um nochmal den Switch rüber zu Crypto.com zu kriegen, hier hatten wir ja das Problem bei Crypto.com, es wird massig in Werbung investiert, was wir bei Bing X nicht sehen. Ich rede jetzt nicht von YouTuber machen Videos über die Börse, es geht einfach nur darum, dass keine Milliarden in irgendwelche Stadien oder sonst irgendwas fließen. Das braucht eine Börse nicht. Eine Börse wird durch Mundpropaganda, sage ich mal, meines Erachtens nach gut vertreten beziehungsweise gut nach außen hin hingetragen. Und das ist so ein Pluspunkt hier. Es wird auch nicht wie, ich sage jetzt nicht den Namen von der anderen Börse, extrem viel Werbung gemacht. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wo hier mit Bonussen von 10.000 Dollar, das ist natürlich auch sowas, wo ihr auch ein bisschen drauf achten solltet. Wenn Börsen hier mit 10.000 Bonus werben, den ihr euch abholen könnt, dafür braucht ihr wahrscheinlich 10 bis 100 Bitcoins, die ihr da einzahlen müsst. Und davon warne ich. Dieses exzessive Marketing, was hier manche Börsen auch betreiben, die Börse nehme ich jetzt nicht in den Mund, ihr wisst aber glaube ich, welche ich meine, wäre ich einfach vorsichtig mit. Dann kommen wir zur zweiten Plattform, Maxi. Im Endeffekt das gleiche Spiel, wie gerade bei Bing X. Zahlen wurden auch noch nicht offengelegt, soll jetzt aber auch in der nächsten Woche, nachdem ich da mit ein paar Leuten in Kontakt bin, auch kommen. Da werde ich dann auch noch mal näher drauf eingehen, sobald es wirklich bekannt ist, auch hier noch mal ein bisschen tiefer in die Materie eingehen. Maxi vom Trading Volumen, einer der Top Börsen muss man sagen, mit Bing X. Bing X hat glaube ich noch ein bisschen mehr Trading Volumen, aber danach kommt schon Maxi. Deswegen kann ich das euch auch mit gutem Gewissen zum Traden empfehlen. Auch die Spotgebühren sind bei beiden Börsen relativ gering zum Kaufen. Es geht hier aber weiterhin nicht darum, dass ihr hier einfach eure Ersparnisse auf Maxi, Bing X oder die zwei folgenden Börsen draufklatscht. Das ist nicht Sinn und Zweck davon. Es geht einfach darum, welche Börsen sind noch einigermaßen sicher, wo könnt ihr zumindest noch eure Coins einigermaßen sicher verwahren, beziehungsweise eure USDT oder USDC mit was ihr tradet. Es geht hier rein um das Trading und die Sicherheiten, die hier hinterlegt sind. Dann haben wir natürlich die größte Crypto Exchange der Welt und absolutes Monopol fast. Mittlerweile muss man schon dazu sagen, haben wir hier und das ist Binance. Binance, jedem ein Begriff mittlerweile oder sollte es jedem sein. Wir machen das mal hier ein bisschen dunkel, gefällt mir besser. Sieht schon besser aus. Ja, Binance, eine der größten oder die größte Börse der Welt. Hier wurde bereits die Zahlen offengelegt. Ich glaube, was haben wir hier? 500.000 Bitcoin an Reserven und so. Ist für mich auch momentan, auch wenn dieser ganze FATITS da mit FTX und sowas war. Ganz ehrlich, ist immer noch die größte Börse. Wahrscheinlich auch die sicherste, weil wenn Binance fällt, dann fällt Binance. Also wenn ihr überhaupt darüber nachdenkt, irgendwo was zu lagern, dann wahrscheinlich eher Binance. Wahrscheinlich ein bisschen sicherer als jede andere Börse, aber trotzdem gilt auch hier nicht not your keys, not your coins. Und dann zur letzten Börse, kennt ihr alle, habe ich früher auch getradet, ist Bybit. Bybit, ja, sollte vielen noch ein Begriff sein, wurde auch früher exzessiv beworben. Und da, um mal so einen kleinen Switch zu machen, ist ja auch immer so diese, es gab früher schon sehr viel FAT bei Bybit. Also Bybit würde ich jetzt von den vier Börsen, die wir uns jetzt hier angeguckt haben, an vierte Stelle setzen. Aber die haben die Zahlen offengelegt. Trotzdem wird hier exzessiv immer mit diesen Riesen, ja, ich sage jetzt mal 5.000 bis 10.000 Bonus oder teilweise 20.000 Bonus geworben. Seid einfach vorsichtig. Das Problem auch hier wird von der BaFin ja auch noch in Angriff genommen hier, dass man zum Beispiel auch kein REF-Programm mehr und sowas bewerben darf. Das gleiche gilt momentan meines Erachtens auch für Binance. Also auch hier BaFin noch nicht reguliert, aber das gilt für alle hier oben, die wir uns jetzt gerade angeguckt haben, alles nicht BaFin reguliert. Das Einzige, was BaFin reguliert war, war FTX. Und wir sehen, was daraus passiert ist. So, und jetzt noch etwas zu was ganz Neuem. Und zwar sollten Anleger ihr Kapital von zentralen Börsen abziehen. Wir haben uns jetzt vier zentrale Börsen, also nichts Dezentrales angehört oder angesehen. Und jetzt kommen wir zu DYDX. Jeder kennt es teilweise aus meinen Chart-Analysen-Videos, haben wir uns auch schon teilweise angeguckt, auch selber investiert. Es gab schon mal so einen kleinen Hype, was dezentrale Börsen anbelangt. Klar, es gibt diese dezentralen Anbieter wie Uniswap, Cake, was weiß ich, Cake, wie es heißt, und was weiß ich, was es noch da draußen gibt, Sushi-Swap und sowas. Wobei, Sushi-Swap ich nicht so empfehlen, da gibt es auch schon wieder ein bisschen Fad, deswegen mache ich jetzt beiseite. Aber DYDX dezentrale Börse. Ich wollte es ja testen, beziehungsweise bin noch am überlegen, es zu testen. Ich muss aber sagen, die App ist Müll. Und ihr wisst, ich bin teilweise mehr auf Handy unterwegs als am PC und die App ist einfach Müll. Die brauche ich euch nicht zeigen, aber an sich ist es relativ easy, hier alles zu verknüpfen. Du brauchst Metamask oder Trust Wallet etc. pp. Gibt genug Möglichkeiten, wie man sich hier verknüpfen kann, aber dann habt ihr eine dezentrale Börse. Ob das jetzt hundertprozentig dezentral ist, wer weiß, aber trotzdem, wer absolut auf sicher gehen will, zumindest ein bisschen sicherer, wo die haben hier keinen Zugriff auf eure API oder auf eure Keys oder sonstiges, aber es ist relativ easy zu verwenden einfach. Deswegen, ich überlege dir noch ein Video zu machen, könnt ihr gerne unten mal in die Videobeschreibung reinschreiben. Ob ihr wollt, dass ich darüber mal ein Video mache, dann schreibt es gerne unten rein. Gut, und dann, wir haben ja jetzt, beziehungsweise habe ich die ganze Zeit gesagt, not your keys, not your coins. Und es stimmt halt einfach. Und dafür gibt es sogenannte Hardware Wallets. Zwei Anbieter habe ich euch rausgesucht, die meines Erachtens auch die safesten sind oder die, ich sage jetzt auch mal, bekanntesten. Und zwar einmal Ledger und einmal die Bitbox. Und die Bitbox kennt ihr, ist mein Favorit, aber gut, da gibt es, jeder hat da seine eigenen Vorlieben, sage ich jetzt einfach mal. Aber, investiert das Geld einfach. Investiert das Geld entweder in einen Ledger oder in eine Bitbox. Wer only BTC ist, Bitbox, BTC only, ist einfach das sicherste. Das ist nochmal sicherer als Ledger. Multi-Edition würde ich jetzt nicht so behaupten, dass es jetzt unbedingt safer ist, aber beides ist safe. Only BTC, dann die Bitbox. Ansonsten könnt ihr euch zwischen Ledger und Bitbox entscheiden. Es gibt natürlich noch andere Anbieter und so, aber es sind jetzt die Bekannten, aber gilt für alles. Zieht euer Zeug von der Börse ab, investiert die 140 oder ich weiß nicht, was es beim Ledger ist, ich glaube auch mittlerweile 140 oder 130, investiert das Geld, zieht eure Coins von den Börsen ab, zumindest das, was ihr nicht zum Traden braucht. Ihr könnt es ja jederzeit wieder zurückschicken, aber das, was euch wehtut, so wie bei FTX, zieht es einfach ab. Und da sollte euch das glaube ich die größte Warnung überhaupt sein, was mit FTX passiert ist. Ist einfach nur mein Ratschlag. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video zumindest einen kleinen Einblick geben, wie so meine Trading-Vorlieben, sage ich jetzt einfach mal, sind, welche Börsen ich nutze, sind einfach die Börsen, die ich nutze, beziehungsweise bei Bet nicht mehr Binance, einfach nur zum Spotkauf. Aber da kommen wir nochmal zu einem extra Video dann, wo ihr zum Beispiel billig BTC kaufen könnt. Gut, ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen trotzdem gefallen. Von meiner Stelle war es das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und die Glocke, wenn ihr Bock habt. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020